Ich würde gerne eine kleine Anekdote aus dem Vorfeld der Initiative erzählen. An den Kurzfilmtagen in Winterthur gab es einen Schwerpunkt Geld vor drei Jahren, ich bin nicht ganz sicher, vor zwei oder vor drei Jahren, und sie haben ein sogenanntes Speed-Dating gemacht zum Thema Geld und man konnte sich anmelden und unter anderem war ein hoher Angestellter von der Bank Sarazan, er war ein hoher Angestellter und er war so groß und ich war total enthusiastisch, ich bin eigentlich über das Grundeinkommen zum Thema Geld und dann zum Vollgeld gekommen und ich stand vor ihm eifrig mit rotem Kopf und habe ihm das Vollgeld erklärt und er hat auf mich runtergelächelt und ich werde es nie vergessen, seine hübsche Freundin stand neben ihm und ich wusste, er hat etwas nicht verstanden, was ich selber jetzt zwar weiß, aber ja auch nicht wirklich verstehe und es war so eine seltsame Situation zu wissen, er glaubt, er geht in die Bank und er verleiht Geld, was Leute am Tag vorher vorbeigebracht haben. Er hat das wirklich so gesehen und das war für mich schon ein schwerer Moment, einfach zu merken, ich habe keine Ahnung, ich bräuchte ein vierjähriges Studium, bis ich wirklich mit ihm reden kann und wir auf Augenhöhe dieses Thema überhaupt bearbeiten. Ja, danke. Applaus